Ja, es geht los. Oh, böse. Böse. Ravenlord. Lass ihn mal raus. Der Lukas ist Ravenlord. Wer sonst? Ravenlord gegen PB. Ja, wer soll sonst Lukas spielen? Also wirklich, Kunai. Sag was. Oh, sehr schöne Kombination von... Oh, das... Oh! Das hätte eigentlich schwerer haben müssen. Was ist mit Snoopy? Ich glaube, er wollte eine Back-Air machen und ihn dann im Zweiten. Aber es kam ein bisschen zu spät. Kun... Kebi hat zumindest... Äh, sehr schnell... Snoopy ist 13, so happy gemacht. Ja, Snoopy ist... Leider hatte Pech. Ja, Snoopy musste in der ersten Runde gegen Prinz, weil die Pools halt so abgefuckt waren. Und... Und... Und in Loserbracket dann direkt gegen Raven. Ja, direkt gegen Raven, also... Also wirklich Pech. Ja, PB vs. Ravenlord, mein Gott! Ja, hätte er. Kunai sagt, du hättest gewinnen und können gegen Raven. Ja. Oh, das ist wieder sehr even. Es ist even, trotz diesem... Oh, der Lock zur F-Smash. Snoopy ist cool, schreibt er. Wo war denn da der Grab? Ich find's beeindruckend, wie Raven immer mit seinem... Das ist deine Mutter. Ja, sauböse. Antworte nicht, Frau. Ich antworte nicht, Frau. Ich hab gesagt, es ist deine Mutter. Boah, wer... Da kommt's. Bombo, bombo. Also, ist klar. Oh, schade. Doch, Prinz da ist im Ruleset drin. Ja, Prinz da ist im Ruleset. Keine Ahnung, warum es hier so ist, aber es ist so. Wir haben ja auch sieben Starter. Ja, es sind irgendwie andere Regeln. Nein, Rainbow nicht. Ja, dann. Dann geht's. Ja, der Lukas ist Clayd, richtig. Ein ziemlich krasser, um genau zu sein. Welchen jungen Kunai. Ziemlich even bis jetzt. Im Bracket sind wir jetzt, äh, glaube ich, Winner Semis. Ja, Winner Semis und, äh, Loser Quarters. Ja, genau. In Losers ist das hier bester Fall, Frau. Wie bitte? Losers ist das hier bester Fall. Ja, also hier. 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 Das war so offensichtlich, der Spot Doge. Das ist unglaublich. Da zeigt sich natürlich die lange Erfahrung von Rayman. Von dem alten Rahmen. Nice. Alter, dieses Quatspiel. Was ein Watspiel, Marcel. Ja, also hier. Ja, also hier. Noch ein Watspiel. Oh Gott. Raven VI. Mest den Eevee9-Kolgen. Haha. Haha. FDW er ist eine Liebe von Räden Prozent wie die was mir gerade auf der Diener ist dann überhaupt keine Zeit gibt also ja auch und und überlebt das sogar Gerne. Gerne. Nee. Wo ist dein Treister Kunai? Wie trifft er sich nur? Angst vor Basis. Jab to Pear und noch mehr Pear. Und tot. Wie erst auch. Wie wir gerade feststellen konnten haben... SWF sagt. Wie wir gerade feststellen konnten haben Ness und Nukas den gleichen Run Speed. Den gleichen was? Run Speed? Run Speed? Was? Run Speed? Laufgeschwindigkeit. Wer ja auch sagen könnte. Ruhe bitte. Die brauchen Konzentration. Ach so, ich hab was kacken. Software-Bedeckung sind auf Prochain. Dann geh mal. Was? Du sollst... Du sollst schreien. Bilo du sollst Titten irgendwas schreien. Titten Mewes? Nein. Titten Mewes? Habt ihr es gehört? Titten Mewes? Titten Mewes. Das ist doch bestimmt Schoso oder? Ja, ne, das ist, das ist Kevin. Kegs. Kegs. Raven in Führung. Titten Mewes. Wuhu. Wuhu. Hm. Warum ist Schoso nicht da? Oh, schön gespielt. Oh, scheiße. Aber. Ich hab mich hier.